Hi, mein Name ist Niklas und ich nehme euch heute mit, nein Spaß, was geht, was geht, Leute, wir haben heute einen freien Tag, ich bin unterwegs mit Sydney, mit Brian und wir haben heute einen freien Tag und haben uns gedacht, wir nutzen diesen freien Tag, um ein bisschen in die Stadt zu gehen. Hier bei uns in Dubai wurden die Maßnahmen ein bisschen gelockert und wir wollen ein bisschen Spaß haben. Hi, ich fahr grad runter, muss nochmal nach oben, hab was in mein Zimmer vergessen. Outfit check! Cool. Hab einen Schlüssel vergessen, unpraktisch. Und nimm endlich diesen Stab auf seinem Mann, du bist nicht cool. Wir warten immer noch auf den Franzosen. Wo ist der Ansel? Wie geht's dir? Gut. Du hast Haare geschnitten, ne? Oh, Oh, yeah, ich meine, das ist clean, bro. Ich habe dich von mir. Du hast Zeit, bro? No, ein Schlüssel. Du siehst gut. Frero, ça va? Ja, mein Mann? Ich bin Schlüssel. Ich bin Schlüssel. Darf man Musik überhaupt hören? Wir können ein paar Lieder reinpumpen. Du musst zur Tankstelle, wa? Ja, ich muss zur Tankstelle. Bei solchen Fahrten ist es immer wichtig, vorbereitet zu sein. Warte mal, was ist das da? Ja, Leute, wir die tankt jetzt. Fanta. 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 Nein. Cola. Darf er? Darf er heute Cola? Cola. Okay. Ich mach mal den Sitz bisschen zurück, ja? Nein. Nein. Ah. Nein. Hallo. Tada. Hey, Willi. Puh. Leute, Montag, 15.30 Uhr heißt, die Aktie öffnet wieder, die Börse ist offen. Es sieht gut aus. Leute, alle, die Minus machen wollen und wirklich ihr Geld in falsche Hände legen wollen, meldet euch bei Sifco. Nein, Leute. Ich biete jetzt auch einen Trading-Kurs an. Leute, jeden Samstag machen wir dann so einen kleinen Zoom-Call bis zu fünf Gästen, sag ich mal, damit es nicht zu viel wird. Damit auch alle was verstehen. Wenn jemand Fragen hat, könnt ihr gerne fragen. Machen denn so ein Zoom-Meeting, Leute, wo ihr mir... Ich bin Louis Hamilton. Zeig den Leuten das. Barrio-Card gehört mir. Da hast du die größte Reklame-Tafel in Strada. Das ist auch hier so die Mainstraße. Hier findet halt alles statt. Das ist halt sehr, sehr krass, was hier alles abläuft. Hier eine Ampel. Wie man sieht, immer so grün. Wechselt sich, ne? Relativ nice. Hier einer meiner Lieblingsstellen. Fahren wir meistens jeden Tag vorbei. Überqueren halt Leute die Straße. Was ich persönlich geil finde, dass es solche Möglichkeiten auch hier gibt. Und dann hier, schaut mal, mega nice. Mega nice, mega nice. Oha. Ja, ja, ja. Hier Park. Kannst du immer chillen. Hier, bester Döner. Oh, ja, Istanbul-Käber, Leute. Kann ich nur jedem empfehlen. Kann man echt nur jedem empfehlen. Boah, der beste Döner in der Hut. Ja. Ja, hier chillen dann immer die Jugendlichen und so, hier am Bahnhof. Das auch meistens Prime. Hallo. Ja. Wo bist du? Auf dem Auto? Wir müssen nachher reden. Okay. Bist du Stress oder was? Ja. Wenn man was zu klären gibt, dann pass auf mit zu klären und so. Ja, danke. Ich such dich eine halbe Stunde an. Danke, ciao. Okay, mach's gut. Schön, dass du mich angerufen hast. Danke, Eli. Alles gut, ciao. Ciao, ciao. Hör. 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 ippen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist ein großes Einkaufszentrum. Das ist ein großes Einkaufszentrum. Das ist ein großes Einkaufszentrum. Zeig mal deinen kurzen Arm. Kein Problem für mich. Kein Problem. Ja, immer wichtig desinfizieren mit Männern. Mein Ohrloch ist zu gut an. Lass mal. Ne, ist offen. Bist du sicher, dass du ins Loch steckst? Guck, ich bin drin, aber hinten ist nichts. Fällt mir? Zieh durch! Ja, ja. Durchdrücken. Drücken durch. Ist durch? Ja. Was hab ich dir gesagt? Hallo. Hallo. Alles was laufen kann, Hallo sagen. Aus Wirklichkeit aber. Aus Wirklichkeit. Ich glaub, der will uns gleich hauen. Hier lass ich immer meine Haare machen. Hallo. Hey, hey, nicht rinnen. Nicht rinnen. Ah, ha! Hey. Hi. What's your name? Samuel. Samuel. Where are you from? Slovakia. Slovakia? How old are you? He want to say something? He's so spink. Thanks. Yes. He'll tell me my grüßen, Jungs. Where are you from? Germany. Germany. I'm so right there. Sam? You know what it means? Yes. You got some news? No. I'm sad. You have a girlfriend? No. You? I don't have. I like break up with her. Why? She's acting like a child. She's acting like a child. I don't know. Wait. Rock, paper, scissors for what? Five push ups. No. I don't want. If you win, you get five euros. Five euros. If you win, you get five euros. One, two, three. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Can you go with me? Can you go with me? One, two, three. One, two, three. Thanks. Wow. You guys. Have a good day. Bye. 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 Hold up. Sidner is going with and also with freedom. Classic. Yeah. You're calling me and i… What want do you for? They're all good. keit? You don't have use one. Which one? What are you going with? This. Interesting. Bitte tragt die, wie cool wäre das? Sie haben ein Miesabrissbesen. Ich glaube, die sind zu fett, man. Kannst du es anprobieren? Kann ich es anprobieren? Ich hoffe, mein Ohrloch ist nicht zu, Alter. Du musst es halt mal aufmachen. Also, ich halte ja persönlich nichts von Ohr wegen. Perfekt. Echt? Zeichne. Das ist gut. Das ist voll okay. Findest du das schlimm? Geht ehrlich fit? Geht ehrlich fit? Das sagst du, Ryan? Oder? Ich finde es war nicht verkehrt. Sieht ehrlich cool aus. Ich habe einfach keine Ohrringe. Ich hatte früher Angst vor der Pistole. Ja, aber mir stehen auch, glaube ich, keine Ohrringe. Because you know my legs. You have XM. Dann need R. I need R. On this? I think you don't have R. Es geht darum, ich habe mir überlegt, eine neue Badehose zu holen. Beziehungsweise Badehosen kann man nie genug haben. Letztendlich ist nichts daraus geworden, weil meine Größe nicht verfügbar ist. Wer meine Oberschenkel kennt, weiß, dass M mir nicht passt. Und 1000 kann man nie genug haben. Wie ihr wisst, ich brauche keine Boxershorts. Puma regelt das. Ich brauche mir keine Boxershorts kaufen. Ich habe jetzt noch Parfum geholt. Warum, weiß ich nicht. Geschenke irgendwann, keine Ahnung. Vielleicht ist etwas für Eli dabei, für Agi, Homet. I don't know. You understand? No. Ich habe noch Parfum geholt. Basic Dinger. Nichts, wo man irgendwelche Fehler macht. Einmal von Angel. Empfehlung von Ron. Dann habe ich mir noch Dior geholt. Auch cool. Riecht sehr nice. Kann ich nur jenen empfehlen. Kostet so 75 Euro. Ich weiß, nicht billig, aber kann man sich mal gönnen. Und dann habe ich ein komplett neues geholt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es auf meinen Armen gesprüht. Es roch so gut. Von Tom Ford. Velvet Orchic. Wir sind jetzt Essen, Leute. Wasser immer wichtig. Kleine Vorspeise. Von ihrem guten Brot. Schmeckt sehr lecker. Dann haben wir einen Ingwer Minze Iced Tea. Selbst gemacht von Haus. Und einmal Apfel Molunda. Cool. Reifen wir uns selbst in die Gruppe. Ich glaube, sehr sehr gut zum Wasser passen. Als Bendergänzung. Suppe. Wird sicher schmecken. Sidney. I don't need starters. Thank you very much. Bon Appetit. Sidney, kurzes Feedback. Oh, mein Sidney schmeckt gut. Am Salat habe ich noch nicht drangewagt. Und auch seht euch das zufrieden. Die Suppe war sehr 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 lecker. Die Suppe war so lecker, dass diese zwei Jungs sich auch eine bestellt haben. Eins bis zehn. Ich war drei bis zehn. Sie sind sieben. Deswegen frage ich hier eins bis zehn. Ich war sehr ruhig. Okay. So, wir sind bei der Hauptpreise. Wir sind hier mit Langkoteletten, Kartoffelpüree. Trüffelsauce. Trüffelsauce. Oh, und Steaksoce. Steaksoce. Perfekt. Ich bin hier mit einem Flank Steak. So wie Max hier ausspricht. Flank, Leute. Flank. Bumo. Flank wie du. Sieht sehr lecker aus, was wir schmecken. Und Johann. So mit von Eurogre. Ja. You know Diego Forlan. Yeah. Yeah. You know what I mean. Legend. Eric Davis. No Dutch. Ramy. No Dutch. F*** you. F*** you. No. No good. No boo boo boo. Make it. Luciano. Wow. Boo 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 boo. Espresso wie den Erwachsenen mann. Dieser Junge ist wie ein kleines Kind. Mandeln. Kann man dir auch das unerforscht lassen. Das ist wirklich lustig. Ich sage, ich verliere. Danke, guck mal. Umsonst schmeckt immer noch mal besser. Ja, kurzes Feedback, wie fandest du das Essen? John, you like the food? Ja, was good. Ja? Keep the menu, but... And also for free. For free, it's important. It's very important. No, no, no. Romo, auch du darfst? Ja, Essen war gut. Wer ist heute denn? Sydney. Danke, Sydney. Wie viel kostet der Land? 270. Hat so geschmeckt das Essen. Das gibt's gar nicht. Sponsored by Elevate. Thank you very much. So, an der Stelle bedanke ich mich bei Sydney FK. Sydney FK, FK, FK. Ah, John, wie geht's dir? You have to say good dear. Ja. Good dear. Good dear. Ja, auch good dear. Wir gehen grad spazieren. Wir gehen weiter zu einer weiteren Einkaufsstraße. Würde ich fast sagen. Und genießen zeitgleich das schöne Wetter und die schöne Stadt. Moin! Auf jeden Fall, die Sonne scheint. Schönes Wetter. Cool. Aufpassen, kleiner Mann. Da wird geblitzt großer. So, wir sind jetzt angekommen. Luxury. Balenciaga. Wir gucken mal, was es da gibt. Sydney, mach mal ein Cupplay. Okay. Cool. Was gedacht? Wie? So, wir haben wir den nächsten Mann. John, du kennst das Format? Schaut sehr gut aus, schaut sehr gut aus. Can I ask you a question? Do you have an Instagram? Yes. Can I have an Instagram? Haha, und das ist nicht gekappt. Für alle, die fragen, wie macht man das? Die Damen sprechen mit. Du bist aus Slovak? Er ist live. Er ist live. Er ist so, dass. Was passiert? Wo bist du? Deutschland. Wo bist du? Ja, wo bist du? Can I have an Instagram? Natürlich. Was machst du? Wir machen das für die Schule. Schule. Wie alt bist du? Was denkst du? 20 Jahre alt? 18 Jahre. 22 Jahre. Vielen Dank. Vielen Dank. Schön, dich zu treffen. 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 Das ist NOCAP. Was ist hier abgelöst. NOCAP. Das ist so schön. Das gehört zum Leben dazu. Das gehört zum Leben dazu. In live. You see the live of Slovakia. Green heroes. Alles gut. Dann fangen wir an mit deinen Schuhen an. Was findest du für welche? Ja. Kein Problem. Alexander McQueen. Yeah. Hey. 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 Alexander McQueen. Nice. Ja. Palmanjel. Ja. Brown Palmanjel. Ja. Also Paris. Ja. Paris. T-Shirt. Deine Jacke. Die gleiche. Palmanjel. Brown. Komplett. Komplett. Ja. Voller hart. Aha. Ja. Wie brauchst du deine ganzen Sachen? Alles gut. Wir haben hier unseren ersten Gast. Velu. Erstmal ein kleiner Close-up. So Digga. Ja. Ich bin leidig aus. Danke. Dann fang mal an. Du kennst ja bestimmt das Format. Hast du schon mal gesehen bei mir? Genau. Das sind Air Force. One natürlich. Nice. Preis weiß ich nicht mehr. Kombinieren tue ich das. Mit einer Kisseshose. Die steckt so ein bisschen auf den Schuhen. Natürlich. Die steckt sehr, sehr clean. Sehr, sehr nice. Die Jacke ist von Air Studios. Oh. T-Shirt auch von Air Studios. Wo kriegt man das? Der Job kommt so in drei Wochen. Job heißt Spring Season. Bei der Marke? Ja, Bruder. Heftig, Alter. Ja. Heftig. Ja, nice. Danke, Digga. Ja, kurzes Feedback. Wir sind nicht reingekommen in einen Store. Weil wir keinen Corona-Test haben. Ja, vielleicht können wir so eine kleine Straßenumfrage machen. Was hältst du davon? Was hältst du vom Klimawandel? Weiß nicht. Ah, you speak German? Nein. Oh, okay. Cool. Ja. Das sind noch viel längere Beine. Das ist gut, wer von der Schwung ist. Die alten Zeiten kommen hoch, Leute. Langsamer. Jetzt raus. Wie cool. Wie cool. Ja. So, wir fahren jetzt zurück, Leute. War aber recht amüsant mal zu sehen, was hier abgeht. Hier waren auch ein bisschen Leute auf der Straße, muss man sagen. Endlich mal wieder. War cool. Das erste Mal in Slowakei, dass wir Leute gesehen haben. Essen war auch gut. Hat geschmeckt. Oma hat geschmeckt. Hat geschmeckt. Hat geschmeckt. War gut, war gut. Alles gut, kein Problem. See you. Let's do. Hmm. Look at all the windows. James� sing... Feels hear 보통 new numbers dzieck in・・・ Philippine Lester. Er Dat...... Was im Gegen stern und wurde gerade auf deine protege. cheneillisch? Oh er 이쪽 immer noch Parsveala. Fer Perspektive Queens personaje So Leute, wir sind angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. John, say something. Lasst ein Like da. Ich mach's wechseln. In diesem Sinne, macht's gut.